ja und damit herzlich willkommen zurück zu episode 2 von unserer autofabrik ich habe zwischendrin die produktion umgestellt dass die zweite linie hier auch mal unseren grünen hier basteln regency verkauft sich nicht mehr so gut marge ist es bei 100 kann aber auf 90 runtergehen beim aviator ist momentan bei 180 ich mal auf 70 runter hier kommt immer wieder mal das pop up dass die verkäufer einfach nicht gut sind kann man dir einen kaffee geben er kommt ja nice das sind alles verkäufer wir brauchen einfach noch ein verkäufer mit mir das training machen können und dafür müssen wir das personal upgraden also den ihr management fast 4000 okay das heißt wir stellen einen verkäufer ein level 3 und jetzt vertriebskompetenz zu lassen 500 wir können das radio kaufen so mitarbeiter radio das würde ich mal sagen passt mal hier hin drei radios und unsere verkäufer hier beschäftigt ihr macht alle eine schulung okay mal schnell vorlauf aber ich meine sind die wichtigsten leute die müssen schauen dass wir hier unsere autos loswerden ja sehr gut so level 3 mit zwölf die hat 19 okay schulung 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 das zwei sind immer verkaufen passt und wir könnten noch mal so einen vorschein stellen mit auch das ein bisschen schneller geht das hat er immer länger hier ja hast 13.000 komm ihr macht es alle noch meine schulung jetzt läuft es mit dem verkaufen langsam und dann werden wir hier oben erweitern wenn wir drei stufen haben naja es braucht jetzt auch da unten immer länger 17.000 lass mal kurz gucken fließband 1 maximalstation im förderband 2 auf 4 2000 das machen wir geschwindigkeitsverbesserungen der erste roboter kranmontagearm 3000 3500 für geschwindigkeitsverbesserung fände ich so einen roboter haben jetzt gar nicht so doof auch für 3000 und dann gäbe es den einfachen Montageroboter für 5000 nee das kostet mir zu viel probieren wir das mal aus brauchen noch mal so einen Teil 1, 2, 3, 4 ja wobei kranmontage er braucht viel Platz wir machen jemandem mal die werkzeugkiste hin an das Teil da oben lassen wir frei das ganze hier verbinden und jetzt ist es so diese roboterarme haben hier eigenes lager da hinten drin das befüllt werden muss das heißt wir klicken die dann im ganz normalen Verblickmodus einmal an und sagen hier erstmal 0 weil der hat nur eine Kapazität von 6 jetzt müssen wir uns also gut überlegen was der machen soll ich glaube Chassis macht nicht so viel Sinn immer 1, 2 ja maximal 2 drin lagern könnten sagen die Aufhängung mal 6 die Aufhängung mal 6 die Pinne mal 6 da auch nicht mal 6 dann wird das von dem Kran da drin gemacht wenn wir mal Bestellung aufgeben beziehungsweise ach ne ich bin zu doof jetzt müssen wir hier das mit den Stationen hier anpassen können wir sagen das ist Station 1, 2 jetzt haben wir 3 gar nicht dann machen wir das so auf vielleicht Räderlichter die machen halt 1, 2, 3 Dinger wir probieren es einfach mal so Bestellung anpassen für da oben da sehen wir das wird jetzt hier vom Roboter gemacht jetzt dürfen wir natürlich nicht alles hier nach oben drehen Stellung aufgeben und dann sollten die da loslegen hier nochmal ganz kurz sagen alles verkaufen was wir nicht brauchen weiter geht's 12.000 Geld ok und der Kran legt jetzt schon mal los aus seinem Inventar und unsere kleinen Mechaniker tun natürlich noch mitarbeiten ist jetzt hier schön aufgeteilt aber er macht es halt schneller auf Kosten der Qualität ähm ach warum eigentlich nicht Sidekick nächste Forschung 6.000 machen wir das da Sales Leute 18, 18, 19 machen wir die alle mal auf 20 und Schulung ok Stufe 2 geht recht schnell die Stufe 2 braucht ich würde da irgendwie gerne auch nochmal so einen Roboter hinstellen zweckseffizient wir könnten auch hier nochmal einen zweiten hin machen auf der anderen Seite aber ich glaube das macht nicht sehr viel Sinn oder wir machen den unten hin für die Räder schauen wir uns die Palette nochmal an ja Räder viermal bei den Kotflügel bei 2 wären auch nicht schlecht 1.000 1.000 ey Moment komm hin lass mal uns das mal kurz angucken Kotflügel du machst das 1.2 1.2 1.2 1.2 alles mal 4 alles mal 6 2.4 von 6 dann macht er hier einfach nochmal die Kotflügel ja mal ausprobieren Details die Bestellung anpassen hier da Kotflügel brauchen wir nicht mehr nice können wir hier wärmungstechnisch noch was machen ne aber wir könnten in die Richtung was erforschen keine Poster hmm fleieververung hier der mitt ah ne da Poster see warum geht der Regency so gut okay er macht Sale die haben wir hier runter auf 150 und wir haben Stau da oben auf der Produktionsleitung was ist wenn er da nur die Hälfte macht er wartet zwischendrin da auf dem Mechaniker und dann kann er wieder weitermachen nicht so super effizient nicht so super effizient obwohl es obwohl es im Kran drin wäre na gut hier unten ausbauen würde ich ja nochmal so gern ein mit mit dem Robot und Qualitätsverbesserungen so aus hier Fabrikmodus ja ja ich würde sagen ungefähr so okay bestellungen da geht es sich das aus 6 6 Wo machst du die vier Dinger da? Die Bestellung für da oben gibt es ja eh noch nicht. Ah ne, Moment. Alles mal sechs. Dankeschön. Nein, das war jetzt ein Fehler. Lass uns da mal den Sidekick bauen. Der hat eine wesentlich größere Aufteilung. Das ist wie der Kollege da oben. Bestellung löschen. Du hast jetzt noch nichts gelagert. Das passt. Was machst denn du so alles? Ne, halt nicht alles. Aufhängung sechsmal. Das ist ein bisschen schwer für dich. Was ist das, wenn du das Chassis machst? Auf fünf. Dann macht er nur das da. Okay. Bestellung anpassen. Das ist dann löschen. Erstmal alles andere. Die Bestellung löschen. Und wir brauchen die gelöscht. Alles unbenutzte verkaufen. Mal sechs. Gut. Das heißt, ich würde den Regency jetzt langsam auslaufen lassen. Auch wenn er sich gut verkauft. Mach du mal da Pause, bitte. Kann ich dir das neue Fahrzeug anteasern? Wir brauchen das jetzt. Ich muss nicht mal aufpassen, dass hier die Produktions-Linie nicht stuck ist. Das ist hier nämlich mal gerade gern, gerade mit den Robotern. Wenn hier bei Inhalt Sachen drin sind, die ja gar nicht mehr verbraucht hier. Weil zum Beispiel hier, ich habe gesagt nur das Chassis. Jetzt hat er aber noch die ganzen anderen Sachen hier gekriegt. Können wir hier verkaufen, damit auch wirklich nur das gefüllt wird, mit dem ich das Zeugs auch wirklich brauche. Das Gleiche noch mal hier im Lager. Aber auch ein bisschen unnützes Zeugs drin. Also wenn die Sachen mal stehen, dann liegt es effektiv da dann. Dass er Sachen drin hat, die er gar nicht braucht. Die sollten nur von der vorletzten Bestellung sind. Ja, geht schon mal nach oben. Okay, lassen wir mal die Zeit mal ein bisschen noch vorspulen. Und dann schauen wir mal, was wir weiter optimieren können. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder zurück und wir haben ein bisschen Geld. 26.000 Dollar. Was ich zwischendrin gemacht habe, ist, ich habe hier nochmal so eine zweite Forschungszone gemacht. Aber es fehlt ein bisschen an Forschern. Wir haben momentan nur sechs, aber hier hätten mehr Platz. Und die Autos haben sich jetzt geändert. Wir haben momentan den Kollegen hier. Der sieht echt schick aus. Verkauft sich so mittelmäßig momentan. Popularität 85. Und in Selae ist das ein Sportwagen. Der wird momentan hier auf dieser Zweiebene produziert. Ja, was ich jetzt gerne machen würde, ist irgendwie Qualitätskontrolle mit reinbringen, wenn es geht. Das heißt, wir gehen mal in die Forschung. Das wäre Qualitätsverbesserung. Qualitätskontrollstation. 1.500. Qualitätskontrollstation. 3.000. Und dann Reparaturwerkstatt. 8.000. Okay. Dann hätten wir das. Und ich habe die Roboter geupgradet um eine Stufe. Nächste Stufe sind die kleinen. Die brauchen nur die Hälfte von dem. Das heißt, wir werden das jetzt dann hier gleich mal ein bisschen optimieren. Eventuell lassen wir dann diese Linie hier auf. Ich würde mal sagen, ihr hier. Tut es mal bitte Produktion beenden. Auslaufen lassen. Damit wir das umbauen können. Und dann haben wir hier ein neues Gebäude. Das ist, glaube ich, hier. Ja, genau. Reparaturwerkstatt. Da kommen die Autos rein, wenn sie kaputt sind. Oder beziehungsweise wir reparieren wollen. Ich glaube... Können wir das da unten hin machen? Oder da hin? Ne, da geht es nicht. Ah, wir bauen das mal da unten hin. So, sieht man da was? Ah ja, so ein bisschen. Müssen wir mal drauf warten, bis hier dann mal ein Auto reinkommt. Ah, dann hätten wir das. Und dann noch 11.000. Ah, soll ich bei dir mit dem Preis ein bisschen nach unten gehen? Gut, so. Der war auf 190. Gucken wir da ein bisschen viel in der Pipeline. Fast forward. Gut. So, Leute. Macht's mal fertig hier. Oder gerade direkt umbauen. Ach, wisst ihr was? Mal hier löschen. So. Das da hier. Die gehen wir ins Baumenü. Lassen wir es weg. Äh, Gebäude. Das hier. Qualitätsprüfstation. Ich glaube, das ist hier. Ja, genau. Okay. Das heißt, da werden wir dann sehen können, wenn die Autos da durchfahren, was die für die Qualität haben. Jetzt haben wir natürlich effektiv halt wieder drei Stationen da. Was ist denn, Kollege? Ah, jetzt haben wir noch 9.000. Was kostet so ein kleiner Roboter? 2.000. Das wären 4.000. 1.000. Mh. Erstmal das hier so verbinden. Das Ding steht jetzt natürlich nicht mehr ganz so optimal. Ich gehe das Risiko ein. Jetzt haben wir 6.000. Okay. 2, 4, 5 Roboter. Raus aus dem Baumenü. Ich würde sagen, wir bauen da den... Ist das das Selice, den wir da bauen? Ja. Wir bauen auf der Linie den Selice. Und jetzt müssen wir hier die Bestellungen anpassen, beziehungsweise die Stationen. Die erste Station würde sagen, alles bis Kraftstoff. Station 2. Das Platten und da unten der Rest ist, glaube ich, einigermaßen fair aufgeteilt. Gut. Ja, hätte schon gesagt. Gut. Bestellungen. Das ist mal hier alles auf 0. Chassis kostet 3. Ich glaube, das werden wir ins Lager reintun, weil es ist halt alles so schwer hier. Hm, wie viel können wir von dem hier nutzen? 4. Machen die Roboter vielleicht die Auffängung hier? Ja. Also die beiden Roboter sind die Auffängung. Dann, das Lager. Können wir komplett zurücksetzen. Inhalt. Und alles Unbenutzte bitte einmal verkaufen. Die oberste Station. Mal 6 bis auf die Roboter. Die haben ja hier eigenes Ding. Bestellung aufgeben. Dann, der Kollege hier. Jetzt haben wir 9000. Was machst du? Getriebehandl, Bremse, Karosserie. Vielleicht die 4 Kotflügel. Nee, das geht sich nicht aus. 6 mal Getriebe, 6 mal Handbremse. Und 4 mal Karosserie. Dann machst du das. So, Bestellung. Der ganze Rest hier. Mal 6, der ist wieder weg. Wäre das hier fertig. Die Kollegen da unten. Erstmal kurz 0. Kofferraum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sind wir bei 4. Kofferraum, Kofferraum, Innenraum. Macht der erste Roboter. Der zweite Roboter. Kommen wir hier auf 0. Macht die Motorhauben. Naja, schon zu schwer. 5,85. Ja, machen wir das so. Bestellung aufgeben. Und der ganze Rest kommt vom Regal. Na komm. Und Bestellung aufgeben. Produktion starten. Und dann müssen wir das gleiche nur noch da oben machen. Dann sollte es jetzt eigentlich hier keine Beschwerden mehr geben, dass die Qualität schlecht wäre. So, wir wollen ein bisschen vorlaufen. Käufe sind nicht so gut. 170% Marge. Vielleicht geht es dann ein bisschen besser. Es läuft ein bisschen langsam, die Produktion hier. Die sind aber auch noch nicht beliefert worden. Okay. Ah, jetzt geht es los. Liebe Träger, wir sitzen bei euch aus. Wir machen bei euch nochmal ein bisschen Training. Allesamt mal. Und mit dem Lohn können wir noch ein bisschen nach oben gehen. Der ist eh schon so weit oben. Gut. Neues Auto fertig. Schauen wir den. Das Sleaze Turbo. Ah ja, gut. Warum nicht? 170 vater Kollege. Jetzt haben wir das nächste. Oh. Können erst mal gar nichts weitermachen. Okay. Ich bin zu schnell mit dem Forschen. Jetzt glaube ich, wird es Sinn machen, wenn wir vielleicht ein kleines Lager hier oben hin machen. Dass die dann jetzt ständig hin und her laufen müssen. Das ist ein bisschen suboptimal. Vor allem wird es Sinn machen, wenn das Lager auf der Seite ist. Weil wenn ihr euch die Leute hier so anguckt, die laufen alle hier so rum. hmmm. Ja, macht irgendwie Sinn. Auf einer Seite, dass wir hier nur die Roboter machen. Auf der anderen Seite halt die Menschen. Und das Lager halt auch auf der Seite. Das klingt so doof. Die Menschen, die Handwerker halt. So, verkauft es mir Autos, liebe Leute. Ja gut, wir bauen jetzt mal um. Beziehungsweise, was kosten die effektive Lagerung? Kostet 1500. Ja, das machen wir. Also, bauen. Speicherplatz. Ob es macht Sinn, wenn es hier so ist? Was ist denn mittig? Mittliches Lagerregal. Einmal drehen. Was kannst denn du? 75. Dann machen wir noch eins. Passt. Kollege. Ne, Moment. Oh, ich seh grad. Wir haben die ganzen Qualitätssachen hier noch nicht gebaut. Du, 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 du. Einmal da. Einmal da. Und... Den, Kollege. Und den da. Ich würde das gerne drehen können. Ah, das bin ich nicht. So, fertig. Bestellung von dem hier. Fabrikmodus. Bestellungen. Du... Du wirst gelöscht. Du wirst gelöscht. Du wirst gelöscht. Du wirst gelöscht. Okay. Verkaufen. Alles Unbenutzte. Jetzt kannst du hier loslegen. So, jeweils viermal. Stellung aufgeben. Auch da. Viermal. Ja, machen wir es so. Viermal. Und tut es hier weniger. Kann ich das Schiff links klick machen? Ne. Und für da unten. Dann sollte das ein bisschen effizienter gehen hier. Hoffe ich. Öh, bitte einmal drehen. Dankeschön. Immerhin, die Verkäufe scheinen jetzt gar nicht mehr so schlecht zu sein. Ja, ja. In dem einen Monat einfach nur zwei Fahrzeuge. Gehen wir hier mal runter auf 180. Gut, ich habe auch kein Fahrzeug mehr. Weil ich da ständig an der Linie am Rumbasteln bin. Gut. Ich würde mal sagen, ich baue die obere Linie jetzt noch um, dass sie gleich ist wie unten. Und dann haben wir hier wenigstens endlich mal eine Qualität. Und dann werden wir die Fahrzeuge entsprechend hier unten reinschicken. Dass die nur im besten Zustand hier rausgehen. Nächstes Ziel wäre dann auch, die alten Roboter hier loszuwerden. Und das alles mit diesen kleinen Roboter zu ersetzen. Wir haben mehr Effizienz. Das ist der Plan. Hier kann ich nach wie vor nichts auswählen, ne? Ne. Okay. Und die Forschungsleute sollten eigentlich auch mal trainieren. Was kostet das? 2500. Meditationskissen. Okay. Das war mal jetzt auch noch. Das war... Habe ich hier. Da. Mit dem Saisonskissen. Äh... Einmal wenden. Da. Machen wir jemals so hin. Vier Stück. Was macht der da? Moment mal. Ja, also die Forscher von damals... ...haben vielleicht ein bisschen zu viel geraucht. Ist nur so eine Vermutung. Okay. So. Gibt es hier Stau? Das sieht aber nicht so aus. Ja, geil. Jetzt haben wir den ersten mit der Qualitätsstufe. Und jetzt Auto aus. Qualität ordentlich. Dann können wir jetzt hier gleich sagen, zur Reparaturwerkstatt schicken. Und danach ist die in der bester Qualität. Was ist mit ihm da oben? Qualität unbekannt. Können den aber trotzdem hinschicken. Lass uns das mal tun. Damit die halt immer sauber sind. Okay. Ich mach mal einen kleinen Cut. Und ich baue das da oben mal schnell um. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch wieder zurück. Und wie ihr seht, ich hab das hier ganz schön umgebaut. Alles voll mit Robotern. Und ich muss sagen... ...grad die untere Straße jetzt hier, die funktioniert nicht schlecht. Aber ganz ohne Mechaniker, glaube ich, ist es nicht ideal. Weil vor allem hier bei der Station hier... ...die Chassis wiegen halt echt sehr viel. Und die Roboter haben halt keine große Kapazität. Sprich, da müssen dann die Träger die ganze Zeit hierher gehen. Und die Chassis dann nachbestellen. Das heißt, da macht es Sinn, wenn der Mechaniker das macht. Und den ganzen anderen Kleinteil, die Roboter. Plus, es ist ein Geschwindigkeitsplus. Wenn Roboter teilweise die gleichen Sachen drin haben. Gerade zum Beispiel hier bei den Rädern. Dass die das dann zeitgleich machen. Das ist dann auch nochmal Geschwindigkeitsboost. Ich weiß ja nicht, was die perfekte Mischung jetzt hier so drin ist. Wann soll es ein Mechaniker machen? Wann der Roboter? Aber die Kombi, dass jetzt hier zum Beispiel mehrere das gleiche machen, funktioniert ganz gut. Das da oben beispielsweise, das ist jetzt noch nicht sehr gut optimiert. Da staut es sich hier noch. Das würde natürlich noch viel besser gehen, wenn wir hier den nächsten Roboter freischalten. Das ist da ein vorgeschrittener Montageroboter. Denn der, der kostet 7000. Der ist nämlich wesentlich kleiner. Weil anstelle von einem von dem hier, kann man dann zwei von diesen kleinen hier hin machen. Und ich meinte, die haben auch Platz für 6. Mal kurz schauen. Ne, den da. Ich fahre mal kurz einen hin. Kurz raus aus dem Menü. Ja, der kann auch 6. Und dann geht das da unten auch wesentlich schneller. Okay, fürs Erste glaube ich, bin ich da nochmal zufrieden. Ich würde hier oben auch nochmal eine Station hin machen, damit ich mich nicht kann. Und dann soll hier oben immer ein Autotyp produziert werden. Damit das so richtig schön rausproduziert wird. Und hier unten, oder da auf der Seite, würde ich es nochmal erweitern. Und dann für die zweite Produktion von einem zweiten Typ. Also ein paar Gebäude, das ein so ein Ding ist. Und das muss ja auch nochmal verlängert werden, weil da will ich auch noch die Lackierstation mit rein machen. Zwischendrin habe ich bei der Forschung auch hier mal den Strompreis erforscht. Das war hier. Da haben wir jetzt Stadtstrompreise minus 30%. Und da könnten wir jetzt auch noch Generatoren kaufen. Das ist aber 5.000. Wobei... Wir haben es. Gasbetrieb und Energiegenerator. Upgrade. Das nächste ist Dieselbetrieben. Was kann der? Wo ist das? Ist das hier dran? Erzeugt Energie 100. Kostet 1.000. Das ist ein Riesenmotor. Kann ich da unten einfach hinstellen. Uh. Kann ich da noch einen zweiten hinbauen? Ja, hier unten nicht mehr. Oh, geil. Das heißt, wir zahlen jetzt nur 284 pro Monat. Oh, geil. Leute, jetzt läuft es mit dem Gewinn. Gut. Damit ich das Ganze nochmal bauen kann, brauche ich noch ein bisschen mehr Geld. Ja, eventuell... Oh Gott, wir könnten auch drei Straßen machen. Hier nochmal so eine kleinere. Und nochmal so eine große irgendwo dann da unten. Was kostet denn der Spaß hier? 50.000. Hmm. Aber wenn ich jetzt mal in die Größe denke, da glaube ich, könnten zu viele Roboter aber auch schlecht sein, weil ja die ständig geliefert werden müssen. Ganz ohne Mechaniker wird es nicht gehen. Vielleicht kommt da mit der Lieferung glaube ich irgendwann nicht mehr hinterher. Aber ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen rum experimentieren. Was da eine gute Variante ist. Gut. Ich denke mal, das wird es mal für die Episode erstmal gewesen sein. Ich werde noch ein bisschen rum experimentieren. Wie sind wir das hier noch fertig umbauen? Und dann schauen wir mal in der nächsten Episode. Aber da werden wir auf jeden Fall hier die Fabrik mal erweitern. Eure Gedanken, Feedback gerne in die Kommentare rein. Und vielleicht kommt zwischendrin auch schon mal Patch oder Erweiterungen. Dann ist vielleicht sogar der Tech-Suite dann noch ein bisschen größer. Weil der ist momentan ein bisschen überschaubar und ich habe schon fast alles. Hm. Mal sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Bis bald. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Dann gibt es auch immer wieder gratis Vide und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.